mal wieder bitte 14 jahren und heute gibt es wieder ein kleines video und zwar wie man sieht ich bin wieder mal auf mein überlebens er auf mein kreativ surfer nämlich die bahnwelt hier haben wir einmal die todesfalle genau hier ist die todesfalle hier kommt man eigentlich nur noch mit ein herz raus weil der server ist immer auf überleben hier kommt man nur noch mit ein herz raus aber die todesfalle gehen da nicht komplett also das dauert noch ein bisschen bis sie geht und genau das will ich schon wieder drauf mein freund hat auch irgendwas von mir genau genau hier ist meine todesfalle hier geht es auch heute wieder weiter leute und genau wird sich einfach nur hier unten geht weiter ich werde hier einmal einen todesjump bauen mein freund ich hätte mir gewünscht dass man freut mich also mir auch hilft ob ich war wieder mal bei ihnen drin hat bei ihm geholfen er hilft mir mal wieder nicht es ist die ganz typisch und genau scheiß einfach hier kommt hier ist wohl eine fackeln kommt hier eine fackel und hier kommt dann die fackeln vielleicht kommt der eh noch rein oder tritt bei oder so keine ahnung das sind wie eh ich wollte sie erst mal die schien noch fertig leute es gibt heute keine musik und weil meinen also mein pc hatten wie los der scannt gerade mein virus also sofort wie er geht kommen auch glieder und genau hier gesagt hier die jungen darauf geht in es war hier geht es auch dann hier jetzt auch dort schon ganz nach oben auf die Todesfalle hier daneben ist auch eine Todesfalle aber die vorkant fast am Anfang mein Freund doch die meisten da hast du geliebt Prozent die Erinnerung im Gesicht jetzt geht es hier erst mal nach oben leute ich gucke gerade okay immer sechs Blöcke aber echt geil wenn ein Freund von mir da wäre aber der Ding der wo mir eigentlich hilft ziehen und genau jetzt bauen wir hier erstmal die Schienen hoch nichts denken Leute das ist mein bleb bleb Freund hier leider weiß ich nicht gestimmt so ihr geht das wollen nach oben nun es sei jetzt kommt hier erst mal ein Prozent Kreisverkehr dann geht es hier nämlich wieder weiter nach oben tatsächlich genau das gleiche wie da aber das ist halt nicht so weit oben und das ist hier wird das sind also die heißen zweimal die Todesschlucht weil da fliegt man dann von ganz oben runter und da bekommst du auch ich muss noch gucken weil ich will das eben machen dass man da Hits bekommt also dass du da angehittet wirst sehr hart und ich muss heute leider den Surfer wie eh schon gesagt Leine schieben weil kein Freund da ist denn da habe ich gewollt sind und ich krieg keine Hilfe von dem er eben weil ich will mir da auch noch was schönes überlegen fliehen und genau mal gucken was was für was für sache ich mir einfallen lassen für ihn eigentlich könnte ich ihm mal Prozent das könnte ich ihm eben Passwortspäre ah äh nee ähm was könnte ich ihm geben könnte ihm mal die Bahnwelt auf dem Kopf stellen ja ja mal ein bisschen schon wieder weg die er hat aber ich mache mir dann ein Video das dafür ist mir egal dass es wieder zurücksetzt der sich am Video für mich da wo ich dich geschadet habe auf Deutsch gesagt sagt die 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 ja man man es ist man es geht hat jetzt mit ihr wart scheiße Leute im Ort vergisst das auch und dann schlagen wir zu ja ja es gibt Leute es ist sehr gut es gibt der Lava und Lava macht Holz auch am Arsch und Schienzen ja aus Holz und das Gute ist er kann mir nicht die Rechte nehmen weil dafür muss ich erst drin sein dass er mir die Rechte nehmen kann dann mache ich doch einfach mal irgendwas anderes auf ihn eben wie so Multitas play oder sowas irgendwas halt genau so halt schnauze also Leute morgen ja kannst du doch machen morgen ähm kommt auch ein Video aber von einem neuen Spiel ich habe mir das auch schon gekauft es liegt seit drei oder vier Monaten schon zu Hause morgen ist auch mein Freund da leider ne Spaß nicht leider äh warte doch und ja genau wo gibt es eigentlich Teil 1 habe ich schon gespielt leider also geht es erst von Teil 2 weiter ich werde euch einen Namen einplanten guckt da vorbei ähm die hat auch die Teil 1 gemacht und dann genau sie ist jetzt bei Teil 6 und ich mache morgen auch so circa zwei oder drei Teile und genau ähm mein Freund werde auch vielleicht erwähnen wie ich in welches Spiel das ist genau es ist unten dort und genau kommt sie von vorbei morgen ich will auch gleich äh übers also live screen machen auf mein YouTube kanal weil ganz einfach ähm das ist dann so ich kann über halbe also ich kann über eine Stunde aufnehmen deswegen mache ich live Übertragungen und genau ich werde keine Videos machen ich werde dann nur äh den Titel ändern und dann meint man vielleicht gar schon dass das meine live Übertragung auf und ist mein Freund wollte was von mir ja nein er hat gesagt nein egal neger ich werde mir das merken hey sports ähm genau ich mache gerade die Tour die Todessprung ich will eigentlich das so machen dass man fast feiner Schiene vorbei fliegt aber ich weiß noch nicht wie ich das mache so ich will noch nicht höher jetzt werde ich erstmal hier rüber gehen und an den Schienen vorbeigehen es kommt es kommt auch wieder AW videos aber erst am 1.5.2005 äh 2016 war ja äh ok weil ähm passiert AW ok gutes Deutsch weil AW pausiert Leute deswegen kommt heute nichts von AW auch er noch lange nicht wir haben erst am zehnten Leute leider aber Leute es kommt es kommt sicher Leute und dann geht es aber richtig hart auf dann wäre ich nämlich 40 Videos machen also ich mache eigentlich eh Videos für also eh von AWs aber es heißt ja es passiert deswegen werden keine Videos kommen sondern alle auf einmal weil ich bekomme äh hunderte tausend Leitung und dann ist es eigentlich ganz schnell oben ich werde die auch schon vorinstallieren also dass sie schon eigentlich oben sind es sind ja bei 40 hört es auf es ist jetzt 41 42 43 44 das Video ist schon oben ich habe es halt nicht auf öffentlich gestellt sondern nur auf privat und wenn dann der 25 25 9 genau wenn der erste fünfte ist dann wäre ich einfach die ganzen Videos öffentlich stellen dann könnt ihr euch die Birne voll saufen und keine Ahnung ihr was machen damit ist mir eigentlich egal Hexen hier macht keine scheiße damit und genau vielleicht wird mein Freund auch was sagen der geistig störe ne Spaß ist nicht geistig ist nicht geistig gestört der ist nämlich obergeistig gestört ok ich bräuchte manche Hilfe aber irgendwie kommt da nichts Leute ich brauche echt Hilfe aber aber hier kommt irgendwie wo es nix ich weiß jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt habe ich hier scheiße die scheiße Blöcke wird geschlagen Leute es regnet so jetzt haben wir durch die Schiene durchgebaut also hier haben wir einen Zweckelzweig ich hoffe ihr weiß was ein Zweckelzweig ist hier oben hört eigentlich auch schon die Schiene auf aber die wird doppelt so groß Leute die wird doppelt so groß doppelt so groß das Ding wie soll ich sagen das im Endeffekt nein nicht dem Ostplatz das im Endeffekt ja wie soll ich sagen Leute ja das im Endeffekt ja ganz oben ansteht also das eigentlich gar nicht mehr weiter geht so hoch will ich die bauen ich habe Welt auf Weltmaximum also ich habe die sehr hoch gemacht ich habe voll auf gedreht was gegangen ist weil ich will 10 Wolkenkratzers bauen ich habe eine kurze Schiene die kurze Schiene die schon fertig und das ist der zweite Wolkenkratzer also eigentlich nennt man das schon äh Himmelskratzer weil die Wolken sind ja schon vorbei das wo eigentlich ein leichter nicht geht Leute ähm genau ich bin ein wenig zu langsam finde ich jetzt weil ich brauchte Hilfe aber Evie kommt hier keine Hilfe haha ne Spaß Leute haha so ja genau das ist mein Freund der hat heute Evie eine auf der Klatsche haha ne was keine auf der Klatsche und genau ähm jedenfalls ich werde morgen hier äh bei On The Don also ne ich mach doch na doch doch morgen ähm werde ich live gehen also live auf YouTube also auf meinem Kanal Scream seid da Leute weil ganz einfach einfach zu geil zum Zuschauer deswegen sag ich euch seid da Leute das ist richtig Hammer seit wir jetzt hier mal einen kleinen Druck bauen ich hoffe der Druck geht ja der Druck geht was äh der Boden das ist kein Holz das ist überhaupt Pflasterstein aber gebranntes Pflasterstein nein ein gebranntes Pflasterstein du du ernst Steine und das brennst du dann wenn dann musst du schon brennen naja ehrlich ist gut naja weil ich will hier den Worten Kratzer doppelten also doppelt zu machen ja und und hier geht's hier weiter nach oben so wer wirst du das wissen das schon 11 Minuten sind der sagt er mit gezählt ok leute es hat gespeichert ähm genau scheiß drauf wir werden einfach dieses Video hier schneiden ich will auch noch mein Handy äh habe ich auch angesteckt für den dass man eine gerade Zahl hat also war nicht weiß dass ich war nicht beenden muss wenn es euch gefallen hat dann lasst mir einen Daumen da Likes dieses Video oder so Abonniere nicht vergessen und da sehen wir uns im nächsten Video wieder Ciao 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 Ciao